So, reguliert man das los. N.A.T. Udus Messer Wald D.D.P.A.T. Digga, na lieber gar kein Messer als mein Messer, Digga. Halt ehrlich, lieber gar kein Messer, Digga. Okay, guys, we rush B. Mundspechtplein, Digga, ey. Ach so, ja. Ja, Junge, du hast die Taktiken aus dem Dorf, ey. Ja, we all rush B und der Blue steht jetzt alleine mit der Bombe da. Die Taktiken, Digga, die gab's schon in Super-1. Die gab's schon in Super-1, Digga. Die hatten schon unsere Ur-Vorfahren angewendet. Als es das Game nicht mal gab, da gab's diese Taktik schon. Ja, ich hab's gut. Ich hab's noch, ich bin glaub ich, äh, schon echt die letzten drei Wochen noch nie in eine Runde reingekommen, wo äh, äh, Die sind so unwissig, dich wahr, was zur Hölle ich eigentlich gerade machen. Gendel. Ja. Genau. Hier links drauf. Hinter dir. Oh nein. Das wäre mein potenziell drin das ersteel ESG im Spiel gewesen. Oh mein Gaasch. Flaschbang Ey, ich hab voll Ja, das ist mein B In den Mitteln Reduzelt Bleib in den Schmuck Bombe A, Bombe A Oh ja, nice, I'm coming Bombe A, Bombe A Bombe A Gibt's durch Gibt's durch Oh mein Gott Gibt's me A, Madafaka Give me A, Madafaka Bullies Helles, last Helles, what are you doing? Helles, what are you doing? Terrorists win Oh Hasn't an A? Yeah A, C 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 Dennis, boost Dennis, komm wir wieder rushen einfach Ok Connector Connector, let's lock Connector Lass mich pushen Tapma an B, B B B B A, C B B I B B B B B Und du bist deutsch, gell? Scheiße. Gell? Wenn ich schon gell war, Alter. Du bist deutsch, gell? Du bist deutsch, gell, Alter? Du bist doch ein Bauer, gell? Gell? Nein, Digga. Ey, Digga, ich muss das... Ich muss das... Ich kann das überhaupt nicht leiden, Digga. In fucking CSGO wird einfach Englisch gesprochen. Ganz einfach, es wird hier einfach Englisch gesprochen. Warum springt der aus? Warum springt der aus? Ich kann kein F1. Nein! Ich kann kein F1. Nein! Oh, oh, oh. Hell... Oh, die F1. Oh, die F1. Ich nachladen muss, aber breff ich Schluss. City clear. Die Size. Nicht, 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 nicht. Keine Sahle, sag ihm. Nein, 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 nein. Nimm die AUG mit unter dir. Oder so. Und rein weg. Scheiße. Du bist ein kleiner Bastard, Digga. Loll, der ist auch gestorben. Der andere. Scheiße, ich weiß nicht, ob ich mir nicht helfen will. Oh, der Blumentopf. Der ist irgendwie rolling. Guck mal. Boah, das war... Den hast du verkackt. Was? Du Sau. Du Sau, Alter. Du kalte Sau. Nein. Ja, trotzdem nice, Digga. Scheiße. Reload. Einer, äh, ramp. Come on, PC. Digga, einer on-spot. Was hast du gemacht, da hinten? Ramp lassen. Was hast du nun jungle gemacht, wenn ich's gepusht hab? Ich hab ihn nix gedreht und ich hab nix geworfen. Oh Gott, der verkackt. Schaut auf. Noch einer. Glaub ich, ja. Schaut auf. Links, rechts. Schaut auf. Eins, eins, links. Erkautet hier. Ja, Schaut auf. Schaut auf. Gut Job, mein... ...Germans. I know! And now you love German! Gut Job, mein Germany-Fran. Throwing smoke. Palace in left. Ist da einer Palace, zufällig? Ninja. Er kann halt wirklich Ninja. Hoffentlich macht das richtig. Before the smoke. Vamos! Ich bin verloren! Ja, imnächst, kennst du was, wenn du schon so'n bisschen Pipi in der Eichel ist vorne? Smoke! Oh! 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 Oh ja! No AWP. Nehm mal deine M4, damit du den faken kannst, bitte. Oh was, alter! Oh, du bist ein eckiger Unsinn. Alter, hab ich den gepumpst! Oh! No! Oh man! Nein! Go on, weiter. Weiters halt, zweis halt. Einer fehlt sich, er fehlt. Nice, man. Good job. Good job. Good job. Coming, eh? Mm, mm, mm. Oh, yeah! I am coming, nice! I am coming, nice! Oh! Fram. Flo. Hello. Gibt ihm kein Plant League, sonst wegen Geld. I bet you are already. Eh, yellow. Der sagt erstmal alle Farben, die es gibt im Team, aber nicht die, die, nein. Just run, just run, just run. Fuck. He is so funny, man. He is push, I think. Yay, guillers. W-E-E-E-R. Fass ihn. More cap. Red pass, red pass. Awesome. One jump! Das ist ein B-Rush für mich. Okay. Ich bin. Warum macht das nicht den Rücken, Digga? Warum macht das nicht den Rücken? Sag mir, warum? Da ist die Antwort. Digga! Ich weiß nicht, was das soll mit meiner Rechte Maustaste, Digga. Warum neift der ihn nicht, Digga? Wenn das Abenteuer zur Runde geht, da musst du dir neue Abenteuer schaffen. Ach, so funktioniert. Wir haben jetzt auf B3 auf und killen alle. Der Schlechteste bin durch. Ja, Digga. Ihr steht alle oben in Apathos. Ich bin alleine On-Spot und das ist echt kein Ver- Wie du gerade geschossen hast, ist es ein Vergehen. Junge, was für ein Vergehen? Du kannst nicht mal auf die Apps raus. Das ist überhaupt gar nichts zu sagen, Alter. Ja. Ja, ganz ehrlich, Alter. Er kam nicht mal raus. Vor allem, wenn einfach nur kar gesmoked ist. Weißt du? Die haben euch alle gekillt. Nur durch fucking zwei Fenster in die Apps. Vier Leute. Da sollte man sich mal einen Kopf packen. Sollte man sich fragen, ob man vielleicht, keine Ahnung, schwul ist. B3 B3 B4 B3 B1 B4 die farmers ist so eine dreckige einfach nur eine abgefuckte kackwaffe ganz ehrlich wer spielt denn so eine scheiße ganz ehrlich da muss so eine missgeburt für sein um die spielen zu können und er killt einfach zwei leute mit der farmers ist einfach eine missgeburt was ist dabei wer hat gar die fucking flech geworfen er ist das von einer stunde in meinen händen dicker die sind so am abschwitzen das ist so widerlich einfach nur weil die sind richtig am abschwitzen meine morse ist einfach nur nass richtig ekelhaft ja mach dich auch die ganze Zeit wo willst du es sonst abwischen ja dann komm mal schnell her ich muss mal kurz deine anpassen damit er den effekt bekommt sagen wir mal so ist ja warm draus ganz ehrlich denn es du bist so scheiße einfach nur da steht einer side mit ner fucking mp9 alter du stehst im ramp mit ner awp alter mit ner awp und er kill dich ja ich hab nen monotropum abgegriffen was soll ich denn machen du faggot und durch was bist du gestorben ich wollte ein monotropum ja ich wollte ein monotropum abgeschossen weil ich nur no life war und du hast nur noch so ein bot in deathmatch und an bummste dich auch ja und deshalb habe ich noch vorher zwei leute gekillt ne wenn du mit ner awp in fucking ramp stehst und dich von ner mp9 aus city holen lässt was denn du bist einfach nur scheiße dennis du bist so ein kleiner bächer das ist ohne spaß du hast ne awp in fucking ramp und er hat ne mp9 in city alter was ist das eigentlich für mates hier weiß ich nicht ja aber die reden nicht mal irgendwo ja und der kriegt gleich eine schelle ja ey warum läuft man nicht einfach aus ner smoke vorher raus du 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 Dennis, guck mal, hier war eine Smoke, ne? Ich bin schon auf dem Leben. Da hat er ein Ding bekommen, Alter. Einfach Instant Handy, Digga. Und er schreibt nur einen Chat, what the fuck, ey.